Liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon nun also utarend Fleisch. In der heutigen Sendung möchte ich über eine ganz besondere Person in der Erschließungsgeschichte Taiwan sprechen, nämlich eine Frau namens Zhang Hao. In Taiwan gibt es ein geflügeltes Wort, das besagt, dass es in der Frühzeit der Besiedlung Taiwans durch Einwanderer aus Südchina nur Männer und keine Frauen gab. Das lag daran, dass die Familien an der chinesischen Südküste gewöhnlich nur ihre zweitältesten Söhne nach Taiwan überfahren ließen. Schließlich war nicht nur die Überfahrt über die recht wilde Taiwanstraße gefährlich, auch auf der Insel lauerten viele Gefahren und Seuchen wie Malaria. Da der älteste Sohn in einer chinesischen Familie für die Ahnenverehrung zuständig ist, wollten die Familien diesen nicht solchen Gefahren aussetzen und die Fortführung der Ahnenverehrung in ihren Familien sicherstellen. Diese zweiten Söhne erwartete ein hartes Leben in Taiwan und wer nicht eine Frau der indigenen Stämme der Ebenen heiratete, blieb gewöhnlich Single und starb schließlich einen einsamen Tod. Die oben erwähnte Frau Zhang Hao war eine der wenigen Frauen, die eine Rolle in der Erschließung Taiwans spielen sollte. Frau Zhang Hao wurde 1753 geboren. Im Alter von nur 13 Jahren wurde sie einem Sohn der Familie Chen in Quenzhou zur Frau gegeben. Ihm gebar sie drei Söhne. Wie Sie vielleicht wissen, hatte ein ehemaliger Seeräuber Chen Chenggong, auch Ko Shinga genannt, die Holländer aus Taiwan vertrieben. Dieser war jedoch ein Anhänger der Ming-Dynastie gewesen, die auf dem chinesischen Festland bereits durch die Qing-Dynastie ersetzt worden war. Als der Qing-Kaiserhof schließlich die Kontrolle über Taiwan errungen hatte, erließ dieser, um zu vermeiden, dass Taiwan wieder zu einem Stützpunkt für Aufständige würde, strenge Bestimmungen, wer die Taiwan-Straße überqueren dürfe. Wer also nach Taiwan auswandern wollte, um die Insel zu erschließen, der musste viele Formalitäten erledigen, bis er schließlich eine Erschließungserlaubnis erhielt. Andernfalls blieb nur die Wahl einer illegalen Überfahrt. In Taiwan angekommen, mussten die Einwanderer sich auch mit der indigenen Bevölkerung auseinandersetzen und wer sich in die Berge vorwagte, der setzte sich der Gefahr aus, Opfer von Kopfjägern zu werden. Ein Zuckerschlecken erwartete die Einwanderer also nicht. Dass Frau Zhang mit ihren Söhnen und einem Neffen nach Taiwan kommen konnte, hatte sie den Vorbereitungen ihres Mannes Chen Bingxing zu verdanken und dem Umstand, dass dieser, nachdem er schließlich alle Formalitäten erfüllt hatte, 1782 einer Krankheit erlag. Damit seine Bemühungen zu den neben zeitaufwendigen Behördengängen auch die Zahlung relativ hoher Gebühren und die Vorbereitung von Lebensmitteln für die Zeit bis zur ersten Ernte gehörte nicht umsonst gewesen sein sollten, blieb seiner Frau eigentlich nichts anderes übrig, als selbst mit ihren Söhnen nach Taiwan überzusetzen, was schließlich 1787 geschah. Über den Danchefluss und den Dahanbach kam sie in das Gebiet des heutigen Zhongjuang. Dort mussten sie nicht nur das Land roden und beackern, sie mussten auch, um zu dem ihnen zugewiesenen Land zu gelangen, einen Graben überwinden, der als Grenze zum Gebiet der indigenen Bevölkerung errichtet worden war, was zu Konflikten mit eben jener führen konnte. Frau Zhanghao musste also, wie man es heute sagen würde, ziemlich tough gewesen sein, dass es ihr gelang, trotz all dieser Widrigkeiten, das Land erfolgreich zu bebauen, wobei die gute Vorbereitung der Familie sich auszahlte. Allerdings wurde ihr ältester Sohn tatsächlich von Angehörigen des örtlichen indigenen Stammes ermordet und auch sie selbst verstarb nach wenigen Jahren. Während ihr Neffe und ihr zweiter Sohn sich danach aufmachten, an anderen Orten ihr Glück zu versuchen, übernahm ihr dritter Sohn Chen Maoju ihr Erbe und verblieb in Zhongjuang. Dieser erhob die sogenannten fünf grundlegenden Tugenden der brüderlichen Liebe, der Gerechtigkeit, der Riten, der Weisheit und der Vertrauenswürdigkeit zu seinen Hausregeln, was auf Chinesisch Wu Chang heißt, weshalb das Familienhaus den Namen Chen Wu Chang erhielt. Vielleicht war es dem Umstand, dass Chen Maoju großen Wert auf Erziehung legte, zu verdanken, dass sein Nachkomme Chen Wen Chen einen hohen Ehrentitel erhielt und dessen Sohn wiederum die Prüfung zum Xiucai, also die lokale Beamtenprüfung, bestand. Auch heute noch gibt es Nachfahren der Familie Chen, die sich im akademischen Bereich einen Namen gemacht haben, wie der Orthopäde Chen Hunting, der die orthopädische Abteilung des Krankenhauses der Taiwan-Universität leitet und Chen Ziyu, der ein bekannter Forscher der neueren Geschichte Taiwans ist. Die Entwicklung des Ortes Zhongjuang war natürlich nicht nur von der Familie Chen abhängig, sondern auch vom Dahanbach. Dieser verband Fuxing in den Bergen des ehemaligen Landkreises Taoyuan, heute Taoyuan-Stadt genannt, mit Daxi, Zhongjuang, Inge, Sanxia und Dadaocheng wo er in den Danshui-Fluss mündete. Er bildete eine Wasserstraße, die es ermöglichte, die Produkte dieser Orte zum Unterlauf und eventuell auch zum Hafen Danshui für den Export zu transportieren. Während der Zeit der Zing-Dynastie konnte er als wichtige Wirtschaftsader Taiwans dienen. Zhongjuang liegt also zwischen Dasi und der Keramikstadt Inge und gehörte verwaltungsmäßig ursprünglich zu Inge. 1920 unter der japanischen Verwaltung wurde er aber Dasi unterstellt. Wie in den anderen erwähnten Orten hatte es auch in Zhongjuang ursprünglich einen Hafen gegeben, der jedoch durch die Versandung und natürliche Änderung des Flusslaufes unbrauchbar wurde. Die japanische Kolonialregierung richtete daraufhin eine Straßenbahn ein, die Zhongjuang mit Inge verbannt, wobei sie sich unter Straßenbahn nicht das vorstellen dürfen, was im Westen damit bezeichnet wird. Es war eher ein einfaches Bähnchen, wie man sie in Kindervergnügungsparks vielleicht noch antreffen kann, wo in einem Wägelchen gerade zwei Personen Platz fanden und wo es auch keine Überdachung gab. Im Jahr 2020 fand der Ort einerseits deshalb Erwähnung in den Medien, weil das Ahnenhaus der Familie Chen neu restauriert worden war und der Kulturverein Tokoham ein Buch über Frau Zhanghao und die Familie Chen herausgebracht hat. Andererseits aber auch deshalb, weil dort ein Bewässerungssee angelegt worden war, an dessen Rand nicht nur ein Wanderweg aus Glas angebracht, sondern auch ein Fahrradweg rund um den See angelegt wurde. Berühmt ist der Ort besonders um diese Jahreszeit übrigens auch für seine Schnittlauchblumen und zwar nicht nur, weil die Felder dort sehr schön aussehen, man nennt die Felder mit weißen Blüten Septemberschnee, sondern auch, weil sie frittiert als eine Spezialität des Ortes gelten, also diese Schnittlauchblüten. Allerdings eignet sich dieser See besser zu einem Besuch in der kühleren Jahreszeit, denn leider gibt es entlang des Sees keine hohen Bäume, die Schatten spenden könnten. Chungjuang ist kein Ort, der ganz oben auf der Besucherliste eines Touristen stehen würde, doch nun, wo infolge der Pandemie für viele Leute nur Binnentourismus möglich ist, werden auch Orte interessant, an denen der Fremdenverkehr bisher vorbeigefahren ist, denn schließlich möchte man nicht immer an dieselben Orte fahren, sondern Neues sehen und erfahren und hier hat sich der Kulturverband große Mühe gemacht, eine Route für Besucher auszuarbeiten, wobei als Verkehrsmittel das Fahrrad besonders geeignet ist. So, Vielen Dank.